Ich glaube nicht, dass wir uns gehen. Nein. Ich dachte, sie haben mit meinen Schulfreunden gesprochen. Meinen so genannten. Es wird nicht schwer gewesen sein, an die Videos ranzukommen. Ich verstehe einfach nur nicht, warum Sie sich als jemand ausgeben, der Sie nicht sind. Aber ich bin der, der ich bin. Ja, das sehe ich. Ich war mit Ihnen in der Schule und ich habe diese Videofilme gedreht. Okay. Klar, ich muss nur jetzt... Fragen Sie mich was? Ja. Gehen Sie jetzt. Ich bin fokiert, weil... Bernd und Agnes, ihr wart irgendwie eins. Das Traumpaar der Schule, seit der fünften Klasse. Na ja, auf jeden Fall haben alle auf euch eingeredet. Ihr sollt euch doch noch mal überlegen, aber für dich war die Sache durch. Lassst du meinen Arm frei. Ich will mein Sohn sehen. Was ist mein Paar dabei? Na ja, du bist die Mutter. Es ist wirklich originell. Ich will meine Familie daraus. Gleich nach dem Abi, gleich nach Bernds Unfall. Keine Trauer, kein Durchatmen, kein gar nichts. Einfach weg. Sofort ins Ausland, sofort... Und wenn du dir aus lauter Verzweiflung über deine 30 erfolglosen Lebensjahre dich an die pubertären Träume einer vergangene Nacht klammerst. Jede Nacht, die Vergangenes hat es mal irgendwann gegeben. Ich habe mich damals in ein Zimmer eingeschlossen, das stimmt. Aber ich war alleine in diesem Scheißzimmer. Fabian, dein Ältester, ich habe sofort geheiratet und noch ein zweites Kind bekommen. Ich war schon schwanger, als Bernd gegen den Baum ist. Kapierst du das nicht? Eine neue Rolle, ein neues Leben und keine Spur mehr von dieser Nacht. Ich war schwanger von Bernd, du Arscher! Fabian ist Bernd... Ich war schwanger von Bernd, du Arscher!